So, wir zeigen mal eine Aussage zu Teilermengen und zwar die folgende. Na, wieso habe ich denn hier blau? Egal, für alle a, b aus z gilt t von a geschnitten t von b. Also die Teilermenge von a geschnitten mit der Teilermenge von b ist gleich die Teilermenge vom ggt von a und b. Das heißt, wenn ich die beiden Teilermengen von a und b schneide, ich habe die Teilermenge von a hier, die Teilermenge von a und die Teilermenge von b. Wenn ich die schneide, dann ist es ja die Menge der gemeinsamen Teile von a und b. Und das ist gerade die Teilermenge vom ggt a, b. Also da stecken all die Teiler drin, die auch Teiler vom ggt sind. Das erinnert uns an eine Aussage, die wir mal gezeigt hatten. Und zwar hatten wir mal gezeigt, für alle a, b und t aus den ganzen Zahlen gilt, t teilt a und t teilt b, genau dann, wenn t teilt den ggt von a und b. Das hatten wir mal gezeigt. So, naja, und wenn man sich das jetzt genau anguckt, dann sind diese beiden Aussagen hier äquivalent. Nehmen wir uns nochmal die erste Aussage hier. Nehmen wir uns nochmal die hier. Also das, was zu zeigen war, für alle a, b aus z gilt, die eine Menge hier links ist gleich die andere Menge da rechts. So, was bedeutet denn Mengengleichheit? Mengengleichheit bedeutet, oder ist identisch mit, zwei Mengen sind dann gleich, wenn folgendes gilt, ein Element ist aus dieser Menge, genau dann, wenn ein Element aus dieser Menge ist. Also jetzt nehmen wir gerade mal dieses Element dazu. Ein Element ist aus der linken Menge, t von a geschnitten t von b, genau dann, wenn dieses Element in der rechten Menge enthalten ist. Nun, das ist einfach die Definition von Mengengleichheit. Zwei Mengen sind dann gleich, wenn gilt ein Element zu der einen Menge, genau dann, wenn es in der anderen Menge ist. Jetzt, was bedeutet, t ist das Element einer Schnittmenge? Das bedeutet, gehen wir hier ein Stück nach unten, so, für alle a, b, t gilt t Element t von a und t Element t von b, genau dann, wenn t Element der rechten Menge ist. So, und jetzt sind wir noch einen Schritt entfernt von dem, was wir bereits mal gezeigt hatten, nämlich t Element t von a, das bedeutet nichts anderes als t teilt a. Und t Element der Teilemenge von b bedeutet nichts anderes als t teilt b, genau dann, wenn t Element der Teilemenge von ggt, also t teilt den ggt a, b. Und diese Aussage hatten wir schon mal bewiesen. Das heißt, die hatten wir bewiesen und die ist äquivalent zu der, die wir zeigen sollen. Also haben wir praktisch auch diese Aussage gezeigt. Vielen Dank.